Hallo, ich bin es wieder, Bodo bin ich dumm. Heute möchte ich Euch erzählen, wie ich auf einer Reise durch die Bücherregale das Weihnachtsfest kennengelernt habe. Und vor allem möchte ich Euch von Graf Gustav erzählen. Graf Gustav von Holzhausen. Ein echt toller Wurm. Es ist noch gar nicht so lange her, da bin ich in einem ganz merkwürdigen Regal angekommen. Die Bücher standen lange in diesem Regal, ohne dass sie jemand beachtet hätte. Viele, viele Monate. Dann auf einmal wurden sie von den Menschen immer herausgenommen und wieder und wieder ausgeliehen und wieder hineingestellt. Das ging ein paar Wochen so. Ich habe mir das nur so aus der Ferne angesehen, denn für einen Bücherwurm ist das ganz schön gefährlich. Irgendwann hörte dieses rege Treiben schlagartig wieder auf. Ich konnte es gar nicht glauben, die Bücher standen oft tagelang unberührt im Regal. Also nahm ich meinen ganzen Mut zusammen, packte meinen Rucksack für einen Tagesausflug und machte mich auf den Weg. Bis ich, kleiner Wurm, ein bis zwei Bücherregale bezwungen habe, vergehen doch schon einige Stunden. In meinem Rucksack verstaue ich immer ein paar Buchstaben zum Essen. Etwas Wasser, ein Seil und ein paar Pflaster. Ja, auch ein Bücherwurm kann sich verletzt. Auf meinem heutigen Ausflug kam ich vorbei an sehr vielen interessanten Büchern. Zu gern wäre ich hier oder da einmal stehen geblieben, aber ich hatte keine Zeit. Wenn ich heute Abend wieder in meinem Bett liegen wollte, musste ich mich beeilen. Ich behielt die ganze Zeit mein Ziel im Auge und tatsächlich schien sich kein Mensch mehr für dieses Regal zu interessieren. Als ich nach einigen Stunden Klettern und Wandern endlich an meinem Ziel ankam, konnte ich einmal genau lesen, was auf diesen Büchern geschrieben stand. Da gab es einige Bücher mit dem Wort Weihnachten. Ja, davon gab es sogar sehr viele. Dann gab es ein Buch, das hieß Weihnachtslieder. Und ein Buch, da ging es um die Weihnachtsbäckerei. Ein Krippenspiel gab es auch und auch viele, viele Bücher zum Basteln. Also was immer auch Weihnachten ist, man kann es backen, basteln und singen. Das Krippenspiel, na ihr Menschen seid schon putzig. Ihr spielt in einer Krippe. Eine Krippe, das weiß ich, ist ein Holzgestell, in dem Tiere ihr Futter serviert bekommen. Darin wollt ihr Menschen spielen und darüber schreibt ihr auch noch ein Buch? Ich sah schon, dieses Regal ist sehr spannend. Ich beschloss zuerst einmal, in das dicke Weihnachtsbuch direkt vor mir zu schlüpfen. Schlüpfen ist in diesem Zusammenhang echt leicht gesagt, denn ich muss mich da schon ganz schön durch das Buch hindurchknabbern. Oh, das war ein echter Glücksgriff. In diesem Buch gab es so viele schöne bunte Bilder. Zuerst stolperte ich über den Titel, die Weihnachtsgeschichte. Ich hatte riesigen Hunger, aber ich musste mich natürlich zusammenreißen, denn ich wollte ja alles über Weihnachten erfahren. Schließlich bin ich ja, Bodo, bin ich dumm, also begann ich erst einmal zu lesen. Ich kann euch vielleicht sagen, das ist ja eine dolle Geschichte. Ich hatte gerade erst angefangen zu lesen, da fand ich mich schon im Haarschopf eines Esels wieder. Es wackelte und rumpelte und ich hatte große Mühe, nicht in die Tiefe zu fallen. Nachdem ich mich an dieses Geschaukel gewöhnt hatte, schaute ich mich um. Mit mir saß eine hübsche Frau auf dem Esel. Ja, sie war sehr hübsch, doch sie verzog manchmal das Gesicht. Nicht? Ich glaube, sie hatte Schmerzen und ganz ehrlich, so hübsch wie sie war. Die hatte vielleicht einen dicken Bauch, so dick. Kein Wunder, dass sie Schmerzen hatte. Vor unserem Esel ging ein Mann und der lenkte den Esel hinter sich her. Plötzlich blieb der Mann stehen und drehte sich zu uns um. Ach, Maria, sagte er traurig, ich glaube, wir werden für heute Nacht keine Bleibe bekommen. Nirgends ist ein Zimmer frei. Wir haben doch schon an so viele Türen geklopft. Der Mann sah ganz traurig aus. Jetzt wusste ich zumindest schon einmal, dass die Frau, die mit mir auf dem Esel saß, Maria hieß. Maria antwortete ganz leise. Josef, das Kind kommt bald auf die Welt. Lass es uns da vorne noch einmal versuchen. Maria zeigte auf ein kleines Gasthaus direkt vor uns. Oh, wo war ich hier bloß gelandet? Auf einem Esel mit einer Frau, die ein Baby erwartet. Hätte auf dem Esel nicht irgendein kleines anderes Tier sitzen können? Ein Floh oder vielleicht eine Laus? Naja, die gehören ja wohl nicht zur Weihnachtsgeschichte. Das Gasthaus sah für mich ganz gemütlich aus. Ganz ehrlich, ich wollte auch langsam von diesem großen, haarigen Esel runter. Ich wusste aus anderen Büchern, dass Esel eigentlich ganz nett sind. Aber auf einem zu reiten ist für einen Bücherwurm schon fast so schlimm, wie in einem morschen Bücherregal zu hocken. Das wackelt und knarrt auch ganz furchtbar. Ich bekam nicht viel mit von dem Gespräch mit dem Gastwirt, doch wenig später standen wir alle vier in einem Stall. Ich saß immer noch auf dem Esel, als Josef für Maria auf dem Heuboden ein Lager richtete. Es waren noch viele andere Tiere im Stall. Mir wurde ganz schön mulmig, weil ich doch so klein bin. Da konnte schnell etwas passieren. Ich schaute mich um. Vielleicht hatte mich jemand entdeckt und ich war schon längst in großer Gefahr. Nein, weder der Ochse, das Rind, noch die Schafe hatten mich bemerkt. Nicht einmal der Esel hatte seinen Mitreisenden wahrgenommen. Ich atmete tief durch und überlegte, wie es jetzt für mich weitergehen sollte. Hallo? Hallo? Kannst du mich hören? Ich erschrak ganz tüchtig, als ich die Stimme hörte. Oje, da hatte mich jemand gesehen. Schau doch mal hierher. Hier, zu dem Holzbalken, neben dir. Dreh dich um, du brauchst keine Angst zu haben. Huhu, hierher, schau hierher. Ich drehte mich langsam und konnte meinen Augen kaum glauben. Vor mir, auf dem Holzbalken, saß ein Wurm, ebenso einer wie ich. Nur war der nicht so bunt gekleidet wie ich. Eher so in einem braunen Kleid. Vielleicht war es aber auch eine Schürze. Hi, das ist ja ein Ding. Kommt da ein Wurm auf einem Esel geritten? Das hat die Welt ja noch nicht gesehen. Wer bist denn du? Mein Gegenüber schien sich wirklich über meinen Erscheinen zu freuen. Er grinste über sein ganzes Gesicht. Hallo, ich bin Bodo, bin nicht dumm? Ich bin ein Bücherwurm. Und wer bist du? Oh, ich bin Gustav. Gustav Graf von Holzhausen. Ich bin ein Holzwurm. Man nennt mich hier auch den Holzgrafen, weil mir diese ganze Holzhütte gehört. Gustav verneigte sich demonstrativ. Was machst du hier? Bist du allein? Ja, ich bin allein. Ich wollte mal wissen, was es mit der Weihnachtsgeschichte so auf sich hat. Die Bücher, die es über Weihnachten gibt, stehen bei uns in einem ganz eigenen Regal und werden immer nur zu bestimmten Zeiten gelesen. Sehr merkwürdig, wie ich finde. Ich begann mich umzuschauen, ob es nicht vielleicht eine Möglichkeit gab, auf den Holzbalken zu Gustav hinüber zu kommen. Oh, da hast du richtig Glück gehabt. Mit Weihnachten kenne ich mich aus. Dort bei Maria und Josef spielt sich gerade die Weihnachtsgeschichte ab. Hier, ich werfe dir jetzt mal ein Seil zu. Binde es an dem borstigen Haar des Esels fest, dann kannst du zu mir herüberklettern. Es dauerte auch gar nicht lange und dank meiner Kletterfähigkeiten war ich ruckzuck bei Gustav auf dem Holzbalken. Gustav war tatsächlich nicht größer oder kleiner als ich. Er war mir sehr sympathisch. Sag mal, Bodo, hast du schon einmal was von dem Jesuskind gehört? Nein, antwortete ich und war gespannt. Wir setzten uns auf den Rand des Holzbalkens und Gustav fing an zu erzählen. Es gibt schon ganz, ganz lange Menschen, die an einen Gott glauben. Das ist jemand, der alles gemacht haben soll. Die Erde, die Menschen, die Bäume, ja sogar dich und mich. Was? unterbrach ich Gustav. Das kann doch gar nicht sein. Ich komme aus einem Ei und das Ei hat meine Mutter gelegt. Kein Gott. Ja, das mag ja sein. Man sagt aber, Gott passt auf, dass auch alles so klappt. Auf jeden Fall ist dieses Jesuskind wohl Gottes Sohn. Und das ist jetzt noch in dem Bauch von Maria. Da siehst du, der Bauch ist noch ganz rund. Ich schaute hinüber zu Maria und sah, dass Gustav recht hatte. Der Bauch war noch immer ganz rund. Was? Und dieses Kind kommt hier gleich auf die Welt, in einem so armen Stall, das hätte dieser Gott dann aber besser hinbekommen können. Oh, das ist Absicht. Dieses Kind kommt hier auf die Welt, um den Menschen zu zeigen, was wichtig ist. Es nützt den Menschen gar nichts, wenn sie so viel Geld und Häuser haben. Viel wichtiger ist es, dass sie sich untereinander verstehen und lieb haben. Ich fing an, darüber nachzudenken, was Gustav gesagt hatte. Hast du auch jemanden lieb? fragte ich. Oh ja! Und deswegen bin ich eigentlich auch hier. Bevor ihr hier hereingekommen seid, wollte ich anfangen zu üben. Ich möchte meiner Freundin nämlich ein Lied vorsingen. Und das ist gar nicht so einfach. Wenn nämlich nachher das Jesuskind geboren ist, feiern wir ein Fest. Das Geburtstagsfest von eben diesem Jesuskind. Das Weihnachtsfest. Da wird gesungen, gelacht, gegessen und vor allem beschenkt man sich gegenseitig mit schönen kleinen Dingen. Zum Beispiel bekomme ich oft kleine Holzstückchen, die schmecken wie Bockwürstchen. So, jetzt aber genug gequatscht. Vielleicht kannst du mir ja beim Singen helfen. Kannst du Noten lesen? Oh, Gustav, natürlich! Ich bin der absolute Star-Tenor unter den Bücherwürmern. Ich habe schon ganz viele Musikbücher verschlungen, also auch gelesen, bevor ich sie angeknabbert habe. Hast du die Noten hier? Oh ja! Ein Moment! Gustav holte aus seiner Schürze ein Blatt Papier. Ich habe es mir schon ein bisschen angesehen, doch mit Noten habe ich es leider nicht so. Gustav machte ein zerknirschtes Gesicht. Das kriegen wir schon hin. Fang mal an zu singen. Ich nahm die Noten in die Hand und wartete auf den Einsatz. Meinst du wirklich, ich soll jetzt hier singen? Maria bekommt gleich ihr Kind und das stört sie doch bestimmt ganz gewaltig. Gustav zweifelte. Ach, mach einfach, Gustav. Die Menschen bekommen alle naselang Kinder. Da kann ja nicht jedes Mal alles still sein. Und so wie ich das jetzt hier sehe, hört uns sowieso keiner. Ich schaute mich noch einmal um und es schien uns wirklich keiner zu beachten. Gustav holte Tiefluft und fing an zu, naja, singen ist etwas anderes. Er schrie. Er blöckte los, was seine Lungen hergab. Der Text war richtig, aber Noten und Melodie, oh Mann. Und wenn ich bis dahin gedacht hatte, uns nimmt gar keiner wahr, dann hatte ich mich geirrt. Die Hühner flogen plötzlich zeternd in die Luft. Dem Esel standen die Haare zu Berge und Ochs und Rind blöckten verzweifelt, um diese schiefen Töne zu übertönen. Maria und Josef sahen sich erstaunt um. Sie hatten Gustav wohl noch nicht gehört und wunderten sich über diese plötzliche Unruhe. Ich selbst hatte keine Haare, die sich aufstellen konnten. Dafür streckten sich aber meine sonst so entspannten Ohren in den Himmel. Um Gottes Willen, Gustav, halt einen Moment! Ich deutete Gustav mit seinem Gegröle schnell aufzuhören, denn es war eine Frage der Zeit, bis uns die anderen Tiere im Stall entdecken würden. So kannst du das nicht machen. Kennst du denn nicht den Unterschied zwischen Singen und Schreien? Ich musste meinen Kopf erst einmal schütteln, um mich von diesem Geschrei zu erholen. Wieso? Wenn ich zu leise singe, hört mich doch gar keiner. Gustav zog eine beleidigte Grimasse. Okay, pass auf. Stell dir doch einmal vor, du möchtest dein Lied einem kleinen, süßen Babyholzwurm vorsingen. Den schreist du doch auch nicht so an. Der würde ja sofort anfangen zu weinen. Also schließe deine Augen und fang noch einmal an. Stell dir diesen kleinen Wurm vor und fang an. Gustav schloss seine Augen und fing noch einmal an. Diesmal konnte man wenigstens schon einmal von Gesang sprechen, wenn auch einem schrecklich schiefen. Die anderen Tiere im Stall zuckten diesmal auch nur zusammen. Ich unterbrach Gustav ein zweites Mal. Oh, das war schon viel besser. Ich glaube, da können wir was machen. Schau mal. Die Töne haben verschiedene Höhen und Tiefen. Ein Ton ist ganz hoch, ein anderer ist sehr tief. Stell dir einmal vor, die Töne sitzen auf einer Leiter. Und jedes Mal, wenn du einen Ton singst, zeigst du mit deinen Füßen an, wo der Ton auf der Leiter sitzt. Wir stellen uns mal eine Tonleiter vor und singen die einfach auf La. Zusammen mit Gustav sang ich nun Ton für Ton von der Tonleiter. Wir wiederholten das Ganze, bis es richtig klappte und die anderen Tiere sich wieder entspannen konnten. Prima, Gustav. Jetzt singen wir die Töne, die hier zu diesem Lied gehören. Da müssen wir schon ein bisschen hin- und herspringen. Mal hoch und mal tief. Hör zu, ich mache es vor und du wiederholst das Ganze dann einfach. Nimm ruhig deine Füße zur Hilfe. Gustav war zuerst etwas unsicher, aber nach und nach lernten wir so das Lied zu singen. Es hörte sich wirklich sehr schön an. Und seltsamerweise fingen alle Tiere im Stall an, im Rhythmus mit uns zu klatschen, zu stampfen oder zu summen. Schönes Würmchen, sing mit mir an diesem Tag, weil ich dieses kleine Kind doch so gemag. Ein Menschenkind in meinem Stall zu Haus bei Graf Gustav. Ein Menschenkind in meinem Stall zu Haus bei Graf Gustav. Schönes Würmchen ist mit mir an diesem Tag, weil ich gerne teilen mag, Holz, das ich hab. Ein Tannenbaum in meinem Stall zu Haus bei Graf Gustav. Ein Tannenbaum in meinem Stall zu Haus bei Graf Gustav. Schönes Würmchen bleibt bei mir an diesem Tag, weil ich dich so gerne mag, dich so gern mag. Ein schöner Wurm in meinem Stall zu Haus bei Graf Gustav. Ein schöner Wurm in meinem Stall zu Haus bei Graf Gustav. Zu Haus bei Graf Gustav. Als wir das Lied beendet hatten, sahen sich alle Tiere verwundert an, denn sie konnten noch immer nicht sehen, woher diese Musik kam. Gustav war hoch erfreut und kaum noch zu bremsen. Komm mit mir, Bodo, und lass uns zusammen Weihnachten feiern. Denn wie du sehen kannst, ist das Jesuskind eben geboren. Vor lauter Singen haben wir das überhaupt nicht gemerkt. Schau, dort liegt es in der Krippe. Dort hat es einen einigermaßen warmen Platz. Gustav deutete hinüber zu Maria und Josef und tatsächlich konnte ich nun das Jesuskind sehen. Marias Bauch war auch gar nicht mehr so dick. Das war ja schnell gegangen. Jetzt fiel es mir auch wie Schuppen von den Augen. Ach, Gustav, jetzt habe ich verstanden. Das Jesuskind hat ja dann auch jedes Jahr einmal Geburtstag und der wird gefeiert und man nennt dieses Fest dann Weihnachtsfest. Genau, Bodo. Und wenn die Menschen die Weihnachtsgeschichte nachspielen, heißt das Krippenspiel. Ich konnte Gustav kaum ausreden lassen, denn jetzt verstand ich, warum die Menschen nur zu einer bestimmten Zeit an dieses Bücherregal mit den Weihnachtsbüchern gingen. Ja, Gustav, und dann backen die Menschen Kekze und basteln für ihre Geschenke. Deshalb diese ganzen Bücher. Ach, Gustav, was für ein schöner Brauch. Mir wurde vor lauter Freude über ein so schönes Fest ganz warm ums Herz. So, Bodo, dann lass uns mal aufbrechen, damit wir zu unserem Fest pünktlich kommen. Gustav wollte schon losgehen, ich aber zögerte. Ach, Gustav, das geht doch nicht. Ich habe doch keine Geschenke für deine Leute. Da gehöre ich doch gar nicht hin. Ich wurde etwas traurig. Ach, Blödsinn, Bodo, du kannst uns ja ein paar Lieder beibringen. Wenn du so schön mit uns singst, dann ist das auch ein Geschenk. Außerdem ist das Weihnachtsfest auch ein Fest der Liebe, habe ich mal gehört. Auf jeden Fall soll da niemand allein zu Hause sein. Nun komm, die anderen werden sich freuen, dich kennenzulernen. Gustav zog mich mit sich fort und meine Zweifel blieben zurück. Gustav sollte recht behalten. Die anderen Holzwürmer freuten sich über mein Kommen und ich kann euch sagen, die sind sehr musikalisch. Auf jeden Fall feierte ich mit den Holzwürmern mein allererstes Weihnachtsfest. Es war so schön. Wirklich ein Fest der Liebe. Es ist dunkel, lichter brennen, Weihnachten ist nah. Es wird kälter, Schnee wird fallen, Weihnachten ist nah. Wir singen gerne Weihnachtslieder. Wir lieben dieses Fest, das Weihnachtsfest. Es ist Zeit zum Kekse backen, Weihnachten ist nah. Schnell noch kleine Gaben basteln, Weihnachten ist nah. Wir singen gerne Weihnachtslieder. Wir lieben dieses Fest, das Weihnachtsfest. Kinder warten auf das Christkind, Weihnachten ist nah. Weihnachtsduft in allen Häusern, Weihnachten ist nah. Wir singen gerne Weihnachtslieder. Wir lieben dieses Fest, das Weihnachtsfest. Wir singen gerne Weihnachtslieder. Wir lieben dieses Fest, das Weihnachtsfest. Wir singen gerne Weihnachtslieder. Wir singen gerne Weihnachtslieder. Wir singen gerne Weihnachtslieder.